Musik 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 Hier ist wieder eine Lootkiste, ne? Ah, eine Klebegranate Musik Ich habe jetzt eine schlechte Granate, die nur so 10.000 zieht Ich glaube, die macht mehr Damage als die vorherige, obwohl... Die trifft halt besser, ne? Jaaa Naja Die andere sind nicht leere Lackschutz dann Holy fuck Oh ja, Schockschaden ist richtig geil Machst du einen Schockschaden? Ja Das ist richtig geil, da hält sich still für mich Wenn du halt durchrennst nach oben, dann kannst du das Ding aufmachen Ne, noch renne ich nicht nach oben Ne, noch renne ich nicht nach oben Fanate Ja, deine Klebegranate machen ja nichts Ne, aber von den Gegnern Ich habe noch 300 Leben gehabt Und ich bin tot Ich habe voll in die Granate reingerannt Ich habe meinen Gunsockenmodus noch schnell aktivieren können Hat mir grad ein wenig Narsch gerettet, hat auch noch 500 Leben oder sowas Oh, hier ist der Sniper 2900 SMG beschissene Ich bin voll Ja, dann nehme ich mal DSMG ist doch gut, die macht über 1000 Schaden Gib mal her, sag mal Ja Ja, halt mit Feuermen drauf Ja, meine Korrosionsschaden noch dazu, weißt du Fallen lassen Meine macht noch, äh, macht Ne, macht weniger als meine Ich mach 1691 Weil ich noch, ähm, Korrosionsschaden drauf hab Ah, alles klärchen Ich war nicht in Erinnerung, dass die Muni so teuer war Äh, willst du mit einer Fahrt kommen, oder? Ja, ja, eben Warte, wir müssen einen Schalter aktivieren Alle Skypes gehören mir Alle Skypes gehören mir Alle Skypes gehören mir Äh, ein Super badass Normalizer Normadenflüchterleiser Ja, ja, kommt gleich Achtung mal, was du drauf hast, Sacker Achtung mal kurz, dann Ich hab ein, zwei Granaten reingeworfen Ich gönn dem grad reichlich Ich hab die Agro von ihm Jupp, ich steh schon hinter ihm Ja, ist tot Voll geiler Sound, den du da abgelassen hast Ist das Ding, ähm, deaktiviert? Ne Mach mal Ja, renn nur da schnell zurück Ja, wo macht man den Schalter? Oben Ja, da macht den kurz Ja, ist deaktiviert, aber lass mir das Nicht gleich alles looten, ich mich mal durchschauen Jo, ich guck kurz Oh Hier Na Moni Naja Was gibt's denn da Schönes? Da ist ein Sniper Ist das ein Sniper? 3200 kann ich die haben Ja Oben ist eine SMG, die macht Dinge Äh, da ist eine Pistole, die macht ziemlich hart damit Du kannst meinen Sniper haben, wenn du Bock hast Äh, zeig mal her Ist auf dem Boden, hinter dir Willst du die, willst du die lila SMG, äh, die lila Pistole? Äh, ne kannst du haben Bin eh voll Ja, ok Äh, wo liegt der Sniper? Hier Äh, meine macht mehr Schaden Wie viel macht deine? Guck mal Ja, meine macht jetzt mehr, deine hast nur bessere Genauigkeit Ja, deine jetzige macht jetzt mehr, ne? Meine jetzige macht mehr, ja, die macht 3200 Ja, ich hab 3130 gehabt Die hab ich vorhin gedroppt Und dachte, du hättest was besseres gehabt Ähm, Achtung mal Wenn du um die Ecke kommst, ist jetzt alles voll Komm, komm jetzt nicht gleich hier die einen, äh Der eine mit dem Schilden, der andere, der rusht richtig krass Nee, nee, noch nicht, Achtung Nie wieder windeln Nie wieder windeln Oh, der ist leckere, der ist resistent, Alter Boah Ey, diese gepanzerten, die gehen gar nicht klar Hast du mich grad geheilt? Ja, hab ich Ja, hab ich Ja, hab ich gemerkt Ich hab grad den Fall drauf gehalten Hast du, äh, ah, hä? Der fuck war das denn? Hast du grad eben irgendwas, äh, Dings mäßiges drauf gehauen? Was? Raketenwerfer mäßiges? Nein Dann hab ich dem so viel Damage gemacht, was der fuck? Nein, aber ich hab Korrosion halt drauf, die Sau Okay Lass lieber snipern Mach ich grade Oh, ein gepanzerte ist wieder bei mir Der, ähm, Brutalizer für mich gelichtet Aber der gepanzerte ist weg Was hat der Brutalizer gemacht? Der ist halt ab auf, ja Ich hör mal meine Granaten straight rein, vielleicht bringen die doch was Äh, ja, doch Die gehen schon ziemlich ab eigentlich Ich fall halt nur nicht wann die explodieren Das sind 10 Sekunden Zündungszeit aus Ne, ne, ist ein 1,4 Da ist der Brutalizer Verpiss dich Verpiss dich Oben ist noch ein Brutalizer Wo, da steht auf einmal ein Krieg vor mir Wo, da steht auf einmal ein Krieg vor mir Wo, ich liebe es Ich kann halt 30 Mal hintereinander einfach drauf, drauf heizen Ich krieg die Muni geschenkt Kriegst du den auch grad nicht? Jetzt ist er gleich tot Okay Du hast schon verloren Ja Ja Okay SMG Und SMG Ich bin voll Kann zwei aufnehmen, wenn du willst Jo Wo geht's hoch? Von der Seite? Der eine ist vorne Hier ist ne Leiter Hier ist ne Leiter Lass die Uhr laufen Der fuck Ja, der hat ne Granate in der Hand Wuh Boah Die hat so nen Kranken-Zoom, hey Wer hat die Sniper? Ja Deine oder meine? Deine Deine nämlich nicht und meine, die zieht mehr Ja Ich brauch nen Laden, alter Ich brauch nen Laden, alter Ohne Rolling gibt es auch keine Kohle Ich hab noch eine Muni für die, für die Ding Gönn dir Für die Sniper? Nee, nee Das da Gib ihm Ich werde das überleben Ich geb ihm Na, ich bin drin gelaufen Achtung nach vorne mal Aua, Aua, Aua Musste kurz nachladen Dann nachher mit so nem Kotzschild kannst du halt nicht alles abwehren Lass danach checken, was wir alles aufgenommen haben Das ist was für dich Das Arterfakt, das Kreml getroppt ist Wo? Du startest mit mehr Leben wieder Wo? Hast grad aufgenommen Achso Ja, ich guck eh durch, ich brauch das nicht Ich will, ich will Ladegeschwindigkeit und äh Feuerratut oder sowas Kammerjäger Freut mich dich endlich kennenzulernen Klasse wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast Dauert nur ne Sekunde Könnte vielleicht weh getan haben Läuft bei ihm Läuft bei ihm Okay, das war's Und jetzt sehen wir zu, dass wir hier rauskommen Ich brauch nur nen Laden Du musst dieses Ding stoppen Auch Okay, machen wir Dann geht ihm das Ding auf Lass mich los, was dann? So bezahlt Handsome Jack Lösegeld Wann wird entdeckt Auf geht's Ah, Toilette machen du den Da liegt ein Granat drinne Lass mich los verdammt So, das erwartet in der Toilette auch Ah, ich peil die Ich peil meine Granate gerade eben Ich muss sie Wie geht sie? Gegen Leute werfen Und dann bleibt die da kleben und explodiert dann Nach 1,1,4 Sekunden Sie bringen ihn auf die Koppel des Stars Sie bringen ihn auf die Koppel des Stars Krass Ich hab noch nie so kluge Granaten Ich spiel jetzt gerade Alter, engelhafter Echter Jetzt gibt's echt ne kleidere Bots hier Hey, auf geht's Scheiße, Nito Weg mit dem, was? Überleg jetzt mal die Arena Hehehe Weee, Party Dad macht's gleich bumm Ach, das ist ne Zielsuchende auch Hinter uns ist irgendwo einer Über uns könnte es sein Über uns ist einer, passt auf Ja, ein engelhafter Ja, ich werde sterben Er ist gleich tot Er kriegt kein Hard Damage Ist tot? Ja Anate free Anate free Anate free Anate free Borni Täter Aldi, hier falle ich grad mal ne Korrosion Waffe, ne? Äh, ich hab meine Schockwaffe Die geht auch geil ab So, da gibt's weiter Hu Huch Ruft lauter Jungs, Markus kann uns nicht hören Haufen, 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 Haufen Haufen das schreiben da unten ist ein laden zu verkaufen gut so ich bin da auch da fliegt was auf uns ist übrigens das sind vor ganz sehr mittlerweile er hat wohl haben geschickt ja noch nicht kurz mal ist verkauft kämpf um dein leben ohne richtig harte granate 1000 schaden schon wieder sollten das ich glaube dafür könnte es jetzt schon zu spät sein jetzt wieder aufstocken auf geht's ikonos und tipp loot einfach bisschen mehr dann muss du nicht auch dauernd nicht auch dauernd hier ding holen muss ich auch gar nicht aber aufs rote auge schießen benutzt einfach mega viel money